Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gable. Ich bin natürlich auf die Jagdmachenticket und heute habe ich das Spiel The Warp in Death, No Man's Land. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon. Ich habe gerade schon einmal das Spiel hochgeladen. Und am Start hier die ganzen Werbungen durchgeklickt, damit es ein bisschen schneller geht. Einmal kostenloser. Oh, drei Sterne beim kostenlosen, das gibt es ja nicht. Aber den habe ich schon. Schon zweimal. Oder? Doch, müsste ich haben. Zweimal. Schon lange nicht mehr gespielt. Ah, schließ ab. Krieger. Muss als Krieger heißes Spiel. Hier kann ich noch Leute trainieren. Nein, nein, kann ich nicht trainieren. Was fehlt mir denn davon? Eins, zwei. Ja, zwei habe ich davon auf jeden Fall. Das war beides nur drei Sterne, aber das ist noch eine Helden. Legendäre Heldin. Richtig cool. Ähm, ja. Miam, miam, miam. Sogar vier, äh, drei habe ich von denen. Eins, zwei, drei. Ähm, was mache ich denn jetzt noch? Ich wollte schauen nach einem Krieger. Ähm, das sind die Sperre, Schläger, Krieger. Also mit Schalander und Tiffany. Tiffany. Wollen wir mal schnell die Kisten ab hier. Und acht Herausforderungen. Dann gehen wir mal gleich auf Herausforderungen. Herausforderungen. Hier, wo weiß denn das noch? Da war was Neues. Ach so. Saison endet in drei Stunden. Äh, drei Tage. Mein Team aussehen. Solange brauche ich ja fünfmal. Sägen. Da ist nicht diese Summe an. Okay. 1, 2, er könnte den angreifen. Ich möchte mit ihr schießen, weil wenn sie schießt, dann kommt ihr immer ein neues Zombie. Okay. Lass uns mal die Zombie zu uns kommen. Okay. Okay. Ein perfekter Sieg. Es ist noch eine Kiste dabei. Da war sie. So, komplette Zeitrunde. Oh, ich konnte was auswechseln. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wo muss ich denn hin? Ah, ich muss noch eine töten. Okay. Ich denke diese noch hier, die brennt. Kommen wir mal ein mehr dazu. Okay. Können die laufen oder? 1, 2, 3. Oh, sie laufen einen Schritt weiter. So. Nochmal einen Kronen. Macht doch alles schon. Also los geht's los. Oh, ja. Und dann die nächste Mission. Ach, ich bin doch schön raus. Nochmal gehen wir dich nicht hin. So, die Stämme hier hin, den eigentlich nach unten, da ist ja nur einer, ich muss das Tor öffnen. Warum hat der nicht geschossen? Ups. Okay, komm, da nicht, okay, nur bei den Tor, okay, sieht man ja auch, ist das untere Tor von dem Ball. Bis rund waren das drei, jetzt noch zwei. Okay. 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 Drei auf einen Streich. So. Das war ja mal leichter, als ich dachte. Okay, das war ein Level 8 da, ne? Gegner, meine ich. Und wie viel muss ich noch? Drei von acht. Upsili. Ich habe 18. Ich kann mir einen Helden. Sascha. Die kenne ich noch, die kenne ich gar nicht. Nee. Ich habe es ja noch nicht bis Ende geschaut. Das ist ein Walking Dead. Weißt du, warum ich so viel befreundet habe? Ich habe mir gedacht, oh nee. Das ist mir alles ein bisschen zu viel geworden. Was ist denn? wasserpumpen schlüssel sagen ich muss ja auch nur ein bestimmten erledigen okay oh, alle nach oben gerannt die waren gerade noch hier unten habt ihr das gesehen? oh, eine, es fände ich eine, ach, ja genau vier quests mit einem krieger bäh das heißt jetzt hier durchlaufen wow, nice wir sind die Runden so leicht heute bestimmt ja hier ja, ja, perfekt fünf noch drei Runden müssen wir starten da, da ist ja einer in einer Ecke, hab ich noch gar nicht gesehen was sind diese Kacke hier oh Mensch, die stehen auch richtig scheiße und heute, nicht so schlimm das ist ja kap mach, uff mach, uff ok 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 danke, da bitte, bitte da ok und wieder da 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 du 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 wach oder da soll sie den eine auch noch töten und die läuft ja so allein rum Dann wollen wir ihn nicht zumuten. Eine Goldene. Wo ist denn die Goldene? Ah, shit. Es könnte sein, dass er hier ist oder hier ist. Ich denke da... Ok. Nächste Runde. Oh oh, Stufe 9. Ich brauche noch... Zwei. Zwei Runden muss ich noch machen. Zwei Runden. Oh, das ist so wie vorhin, wir stellen uns hier eine Ecke hin, drücken Ende. Und... 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 Oh oh oh, jetzt wird es, jetzt wird es ernst. Ach, ich möchte auch von der Seite schlafen, Mist. Obwohl, ich glaube wir haben schon alle Queste. Bam 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 bam. Schau mal kurz, die Quest habe ich schon, die Quest habe ich nur noch eine Runde gewinnen. Genau. So Leute, natürlich werde ich die Runde gewinnen. Deswegen werde ich sagen, es ist jetzt die letzte Runde. Und dann... Hm. Hm. Jetzt habe ich einen Verletzten dabei. Das ist auch kein Problem. Nein. Okay. Ein paar Stimmen in der Hinsau. Okay. Und fertig ist die Runde. Ah, nicht perfekt. Aber. Ne, ich gebe die nicht für die nächsten drei aus. Für einen Golf. Ich weiß auch nicht mehr, was da drin ist. Lohnt sich das oder nicht? Keine Ahnung. Deswegen gebe ich da nichts aus. Aber ich bin fertig mit meiner Queste. Und das heißt, mein Tagesheer ist erreicht. Noch schnell einmal alles abholen. Nicht so, dass hier jemand im Trainieren steht. Der möchte eigentlich los werden. Aber wie wäre ich denn nicht los? Trainieren. Okay. Kostenlos da. Verbesser. Wie viele Plätze habe ich da noch? Ein Platz ist noch frei. Das heißt, ich kann mir noch einen. Ich kann mal schauen, ob ich Sascha kriege. Aber die hat den Gewehr, das Gewehr habe ich schon dreimal mit Daryl mit. Warte mal. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Wo war das hier? Ach, ich bin hier auch bei Ihnen. So. Sie ist so eine Kämpferin, Sascha. Und ich habe da Sally, Ronny, Bill und Daryl. Ein Helden. Da habe ich auch einen Helden. Ich habe hier vier Helden. Ich weiß nicht, was die hier macht. Deswegen nehme ich von der hier. Wie das auch immer sein mag. Ah, nichts dabei gewesen. Mist. Mist. Oh, wir tanzen schon wieder ein paar Sundys. Hätte ich aber doch Sascha genommen. Starheld jetzt drümpfen. Aber wie gesagt, Gewehr habe ich schon. Ach, ja. Noch eins wollte ich machen. Was war das? Ach, genau, der eine hatte was zum Ausrüsten. Hier. Ramon. Okay, dann kriegst du das. Nice. Dann muss ich jetzt aber erstmal. Bill braucht 16. Ronny braucht auch 16. Also, die müsste ich irgendwie mal aufwerten. Okay. Ist hier doch. Hier? Oh. Oh. So was schlechtes hat er dann gehabt. Meine Güte. Da war ja ein Armutszeugnis. Kommt, du verteidigst meine Basis. Das muss ich dich verbessern. 205. Okay. Okay. Nice. Okay, das war es jetzt, das war es jetzt, jetzt kann ich noch ein paar Sachen zerstören, die ich nicht brauche, wie den hier zerlegen, oder den zerlegen, oder den zerlegen, obwohl wir das mal sagen. Level 10, ja, peulich, zerlegen, den hier, zerlegen, Henry, was hast du da wieder an, den zerlegen, die beim zerlegen, 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 den 6er brauche ich auch nicht. Ach, brauche ich auch nicht. So, das war es dann, jetzt bin ich mit allem fertig, jetzt bin ich wunschlos, glücklich. Beenden, verlassen und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal wieder seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Komm, Ticket, komm mit meinen Händen, okay, tschüss.